Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Winning of Isaac Afterwards. Plus wir spielen die Challenge Cursed. Oh. Es gibt Itemräume. Okay, cool. Äh. Okay, alles sind Zacki-Zacki-Räume? Echt jetzt? Wie soll ich denn so ein Devil-Deal bekommen? Wow. Mit Bomben. Yeah. Okay. Alter, das ist dumm. Das ist gemein. Echt gemein. Erstmal Yum-Hard einsetzen. Was haben wir hier? Gut, äh, eine Health-Appel. Okay, das ist sehr gut. Wir brauchen hier, äh, Leben bei dieser Challenge. Wie es aussieht. Ich glaube, ich habe die Challenge nie gemacht. Nee. Hallo, Duke of Lies. Du wirst anstrengend. Du wirst richtig, richtig anstrengend. Oh, die ganzen Fliegen, ey. Das ist so anstrengend mit ihm. Ach, du Kacke, ey. Komm, 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 komm. Ja, beschwer, keine Fliegen ist gut. Nein. Sag da, keine Fliegen. Danke. Okay. Ja, ich bin gerade ein bisschen im Stress. Das ist nett. Tier ist ab und zwar blaue Herzchen. Das Problem ist, aber wir haben die Map und den Kompass. Das ist immerhin geil. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Okay. Aber an dem könnten wir eigentlich spielen. Wir haben echt gut rote Herzchen. Können uns noch mal eins geben. Wir spielen ein bisschen an ihm. Okay, wir kommen die rote, äh, the virus, virus. Virus. Das ist gar nicht mal so schlecht, die Spritze eigentlich. Ich mag die Spritze. Dadurch können wir Gegner bei Berührern vergiften und wir bräuchten mal eine Bombe, Alter. Ist die eine Bombe drin, vielleicht? Nein, okay. Und schon haben wir kennt, der will die mehr. Das ist so dumm. Das ist übeldumm. Das sagt ja übel. Können Sie denn so eine Challenge machen? Aua. Zu viel Schaden. Eindeutig. Okay, komm. Komm. Ja, nice. Äh, was habe ich gesagt? Ich habe keine Zeit, genau. Ich bin ein bisschen im Stress. Denn... Ah, die kann ich berühren, ne? Ja. Denn, ja, solche Gegner droppen schwarze Herzberührung. Oh, Mann. Ähm. Das ist nett. Nehme ich mit. Äh, Mann. Ich kann nicht erzählen, was ich sagen will. Okay, reinrennen. Nice, schwarzes Herzchen. Noch ein schwarzes Herzchen. Okay, wir sind safe. Passt. Ähm. Alter. Ich kann bei Isaac nicht erzählen. Das wollte ich sagen. Genau, denn ich bin jetzt gerade ein bisschen sehr spät nach Hause gekommen. Und ich muss halt noch Isaac aufnehmen. Das heißt, der Part heute kam wahrscheinlich übel verspätet wieder. Ah, das ist so dumm. Ich habe Isaac... Isaac produziere ich halt nie vor, weil ich denke, okay, ich bin eh rechtzeitig zu Hause. Ähm. Und dann, um dann noch Isaac aufzunehmen. Aber nein. War natürlich heute nicht der Fall, weil Gründe und... Ja. Ich muss meine Mom ja immer vom Bahnhof abholen. Das ist sehr... Ja. Ja. Geil. Ja. Keep it the pact. Ähm. Und... Deswegen muss ich noch warten. Und dann hat sie das Auto nicht gesehen oder was auch immer. Dann war sie... Ach, Mann. Nee. Das ist so dumm. Curse of the Lost ist hier natürlich mega dumm. Oh, Alter. Zu viel Schaden. Was ist hier? Ach, ich hoffe, hier ist der richtige Weg. Wir scheißen dann hier auch auf den Itemraum, wenn wir den nicht auf dem Weg finden. Weil... Ja, außerdem haben wir eh keinen Schlüssel. Okay, hier ist der Raum. Das ist so dumm. Aber okay. Hier lang. Hier lang. Komm, lass den Boss hier gleich irgendwo sein, Alter. Ich scheiß gerne auf den Itemraum. Ist mir egal. Bei Curse of the Lost auf jeden Fall. Boah, man weiß halt jetzt nicht, was Zacki-Zacki-Räume sind und was nicht, ne? Das ist übel dumm. Aber okay. Chuck the Tears. Ich akzeptiere es. Komm schon, nice. Okay, ich glaub, hier geht's zum Boss. Warte, da oben ist noch ein großer Raum, ne? Scheiße. Hier ist ein großer Raum, ne? Ja. Ist hier oben der Boss? Nein. Oh, ich hasse es. Komm, komm. Oh Gott, diese Gegner sind so dumm. Wollen wir Maggie so langsam ist. Oh, ich bin heute gerade wieder so ein bisschen gesprächig, ne? Hust-hust. Ich weiß nicht. Ich bin halt im Stress. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss schnell aufnehmen eigentlich. Versuchen, Speedrun hier hinzulegen. Das ist halt echt. Es ist halt kacke. Es ist halt übel kacke. Aber okay. Ich kann es nicht ändern. Es tut mir leid für euch, dass der Partner zu spät kommt. Aber ich muss mir halt angewöhnen, Isaac voraus aufzunehmen. Alles wieder im Voraus aufzunehmen. Alter. Du bist so schnell. Was ist der mit dir? Wo ist die Bombe, ey? Oh. Okay. HP Upgrade. Nein, den Wurm will ich nicht haben. Ich bleibe bei unserem jetzigen Space Item. Was ich immer noch nicht weiß, was das macht. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir das packen. Wir müssen halt nur bis zum Arm kommen, ne? Das ist halt das Gute. Wir müssen halt nicht weit kommen. Aber wir bräuchten halt Leben. Ich muss mir jetzt angewöhnen, das Jamhart die ganze Zeit einzusetzen. Jetzt zum Beispiel gleich. Einsetzen. Wie ich das... Was ist das für eine Pille? I'm Drawsy. Das ist nett. Vor allem bei solchen Gegnern hier. Bei dieser Masse an Gegnern. Oh Gott. Warum werde ich da getroffen? Digga. Warum werden die Steinstatute denn nicht verlangsamt? Ist doch übel Kacke. Oh, dieses Spiel. Oh Gott, Alter. Es sackt gerade. Es sackt gerade. Ich habe so null Bock gerade irgendwie schnell aufzunehmen oder so. Ich will mir eigentlich Zeit lassen. Schön gemütlichen Run machen. Mich konzentrieren. Was auch immer. Aber nein. Geht nicht. Weil Part muss eigentlich noch rechtzeitig online kommen. Was ja eh nicht sein wird. Aber ich will ihn halt nicht zu krass verspätet machen. Wisst ihr? Ist ja dumm. Schlechte Laune for the win. Ohne Witz. Ohne Witz. Okay, zack. Schön. Komm jetzt. Ja, komm. Ich will den Itemraum eigentlich holen, aber... Mann, jetzt komm her, du scheiß Spinne. Oh Gott. Alter. Heute raste ich aus. Heute werde ich bei Isaac echt ausrasten. Das ist... Ne. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Was ist das? Ich sollte nicht aufnehmen, wenn ich halt diese verkackte Laune habe. Die kommt halt auch nur, weil ich jetzt halt so spät erst zu Hause bin. Das ist das Problem. Ich wollte auch nur nach Hause. Dachte so, ja okay, ich halte das schnell an, dann ist meine Mama eine Minute da und dann ist gut. Aber nein. Zehn Minuten stand ich an diesem verkackten Parkplatz. Toll, dafür bin ich hergelaufen. Für dieses Item. Really? Really? Okay. Ich weiß nicht mal, ob wir die Ebene hier überleben werden. Das ist gerade mir... Rätselhaft, ob ich das schaffen werde. Rätselhaft? Ich glaube schleierhaft heißt es hier, oder? Naja. Zack. Herzchen. Herzchen. Oh Gott. Immerhin. Wir konnten uns hier halt auch nirgends durchsprengen, ne? Ne. Toll. Ich werde hier getroffen. Okay, oder auch nicht. Weil ich Glück hatte. Uh. Wir haben keine Münzen, um uns irgendwas im Shop zu kaufen. Oh Gott. Blaus Herzchen. Immerhin. Aber ich gehe hier nochmal rein. Vielleicht der Raum mit den roten Herzen. Okay. Ich habe nichts gesagt. Warum? Geil. Oh, schön. Das ist super. Sehr gut, dass wir den Raum bekommen haben. Okay. Wir haben ihm Schaden zugefügt. Mit dem Explosionsfass. Hat er gerade ein bisschen gelegt? Kannst du springen? Komm, springen. Ja, nice. Sehr geil. Okay. Schaden zugefügt. Komm. Danke. Und ein Devil Deer sogar. Nice. Mit Sensen. Oh Gott. Sensen muss ich mitnehmen, Alter. Leute. Ich muss Sensen mitnehmen. Das ist ein Sensen, Mann. Und wir können zwei Tricks tragen. Stimmt. Das heißt, wir könnten im Pupi jetzt öfter Scheiße oder Geld binden. Was? Im Pup Scheiße binden, ja. Im Kackhofen jetzt öfter Scheiße oder Geld binden. Piercing Shots haben wir eh schon. Okay. Ich bin gerade am überlegen, ob ich's... Ähm... Oh, schön. Geil der Schlüssel. Ob ich mich jetzt durchspringen? Ne, wir können uns eh nicht durchspringen. Ich hab keine Bomben. Toll. Das heißt, ich werde auf jeden Fall den Item raumholen. Auf jeden Fall. Wenn wir eh schon hier sind. Jetzt hätten wir uns durchspringen können. Toll. War ein bisschen spät, Bombe. Du kamst ein bisschen, ein bisschen spät. Hey. Lost Protector. Ja, ist eigentlich ein recht stronges Item, sag ich mal. Ist, ist schon stark. Wenn da jemand an der Ecke ist oder an der Wand halt ist. Irgendein Gegner. So wie zum Beispiel... The Haunt. Dann ist das schon... Doch, ja. Kann schon ganz geil sein. Ich fühl mich so... Nein. Okay, hä? Meine Soundspuren haben sich umgeswitcht. What? Okay. Okay. Oh Gott, ey. Nein. Oh Gott. Schaden bekommen wir eben noch. Nein. Bisschen freiräumen hier den Weg. Wow, wie schnell hast du denn geschossen, Mann? Wie schnell hast du denn gerade geschossen? Jungchen. Komm runter und entspann dich. Ich kann hier nicht... Alter. Das ist ein beschissener Raum dafür. Aber wir haben ein Cube of Meat. Okay. Ist immerhin schon mal etwas. Und... Wir... Scheißen auf den Boss. Auf den Itemraum. Wir sind jetzt eh bei der Mom eben, ne? Wir sind... Ebene. Ebene. Ne? Das heißt, wir... Ja, wir sind eigentlich auch recht stark. Also dürften wir das eigentlich ganz gut hinhauen. Oh Mann. Wenn ich da überhaupt hinkomme. Das wird richtig knapp, Leute. Das wird richtig, richtig knapp. Das wird richtig knapp. Ich muss jetzt ein Herzchen droppen. Toll. Wow. Aber ich muss den Part nehmen, Leute. Tut mir leid. Also... Wow. Wow. Das ist gemein. Im letzten Moment abgekackt. Okay, im nächsten Mal gibt es dann aber wieder keine Challenge mehr. Einfach nur... Damit wir immer wieder einen normalen Run haben. Und weil ich jetzt gleich vorproduzieren werde. Aber gut, Leute. Wow. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut rein.